Moin Leute, da sind wir wieder. Wir spielen RoboQuest. Wir machen weiter. Wir müssen wieder in den Canyon anfangen, dadurch dass wir in der Oase so ein bisschen gescheitert sind. Aber jetzt mal, jetzt kann man schon mal vier Waffen, kann ich auswählen hier am Anfang. Maschinenpastoren, Vulkangewehr. Du stehst im Weg. Verbrennen, verursacht Verbrennschaden. Projektile sind explosiv. Und die Mustern abkühlen. Okay, 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 ballern. Alle weggemacht. Au. Ah. Mich schießen, ihr Schweine. Schieß mal ruhig auf den. Damit kann ich leben, die auf dich schießen. Hier ist ein lila Bereich. Jo. Jo. Oh, noch mal vorher noch. Ja. Ein paar nicht so freundliche Robots. Mama, alle, also gehe ich hier, ne? Da müssen wir ja durch. Neue Stufe. Ne, ne, guck. Stimuleblase. Während Passion aktiviert ist, wird der Schaden von Waffen um 30% Kadenz um 30% und Nachleitung um 18% erhöht. Aha. Durchsprecher. Wird ein Feind mit Boden schlagen oder Kopfballer. Ne, ich mach mir die Bastion noch ein bisschen besser. Ops. Oh, Tür öffnen. Und. Hüpf. Na, was wollen wir denn? Boomerang. Das ist eine Energiezelle. Ich weiß gar nicht, wie die Energiezellen war. Energiezellen konnte man, glaube ich, Waffen mit verbessern oder so. Die Vulkan-Kanone ist gar nicht mal schlecht. Wenn da eine Waffe ist das Beemengewehr. Was ist denn ein Beemengewehr? Achso. Ah, okay. Das ist eine Zwille. Ja, ist eine Zwille und die ist dann tatsächlich für alle Spieler da. Beziehungsweise die kann dann nur einen Spieler auswählen. Aber es ist kein Thema, weil hier gibt es auch ein Riemengewehr. Erhöht die Panzerung um 4%, nämlich 30% HP herstellen, nämlich. Ich wollte das aufschließen, wollte ich nicht. Konnte man jetzt hier auch irgendwie abgelaufen oder was? Ne. Ah. Da brauchst du diese Datenprotokolle. Oh, da wird der Riemengewehr gehabt. Kann ich mal so aufladen, aber... Mach gut schaden. Also ein bisschen Splash damit. Splash damit. Witzschaden. Ja, kriegt mir durch. So. Joa. Und auch von den Flüssen, sehr gut. Bam. Ja, der... So Ricoche-mäßig wird, glaub ich. Hey. Oh, oh, oh. Keine gute Idee. Merk gefällt mein Riemengewehrs. Kannst du vor allem so um Ecke auch gehe ich damit treffen, aber wenn du eintriffst, hat der dann halt so weiterbauen sie. Ganz praktisch. Opa, da ist noch ein großer, fieser Turm. Ja, ich kriegst. Scheiße. Ja, wir sind recht. Ja, die... Wie so einfach zu erwischen. Dicke war jetzt sehr kurz, die der da hatte, die der fahren musste. Und schaden zehn Prozent, nämlich Kartoffelbatterie. Merkendammusch. Verwüsten gewährt endlose Munition, während Bastion aktiv ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, ist noch nicht schlecht, ja. Aber erhöht die Max-Batterie um 15 Prozent, das heißt wahrscheinlich, dass man länger Bastionen aktiv haben kann. Kann sein, ja. Keine jetzt abgeschlossen. Erstmal hier die neue Truhe öffnen. Müssen haben eine Chance von zehn Prozent, ein Munition oder fünf Prozent Energie zu ersetzen. Boah, 3 mal D. LP habe ich voll. Wollen wir ihn nehmen? Das ist die mit dir nichts anscheinend. Oh. Äh, achten. Ich war beträumt. Das heißt, ich teile mich für erst dann. Konnte ich noch nie. So. 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 So, wenn der Volver. Zack, zack, zack. Ja, wie gesagt. Ich bin mit diesem Volver. Volkan-Gewehr sehr zufrieden. Das ist cool. Die ist die komische Zwille hier. Die finde ich geil. Aber wenn viele Gegner da sind, ist die halt echt gut. Da kommt wieder so ein Bot rechts da oben. Ja. Ja. Komm schon. Ja. Ja. Ich bin auch. Im letzten Mal auch. Ich bin klein, viel ganz cool. so ein bisschen energie regenerieren so da war aber auch da hinten wird man auch auf in der anderen richtung noch lang hast gesagt da müssen wir mal gucken und wir in zwei richtungen aber gibt keine richtigen also hier können wir auch in die hier umgehen keine ahnung da fährt auf jeden fall sind bot aber den kriegen wir nicht mehr ja kommen sie wollen die ganze auf die schießen und mich treffen so hat ein scheiß doch allein was von lindern kundler area hat gemein ist die plügelchen da einfach nicht so lange liegen bleiben hat man sich damit vernünftigen nachträglich nummer heilen könnte und da ich schon wieder zur lobe habe ich noch ein paar davon zu bekommen und ja das war eine dumme idee leben okay in der richtung waren wir noch nicht noch mal eben davon aus der anderen richtung weil ich getriegert habe ja ja immer noch mehr doch der wert gewesen es war ein hier ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich habe hier noch kommen wir sind sogar und my way Wollen wir hier auch noch ein Dampel anmachen oder was? Nein, das kannst du doch. Drachenmörser. Ich nehme die Energiezelle, ich brauche auch, wofür auch immer. Ja, die anderen Waffen, ach da unten rechts, ist da unten rechts unter den Waffen, ist so blauer. Dafür eben, ich glaube, du kannst deine Waffen upgraden, beziehungsweise die graden sich über so, dann geht hier jeder weiter. Ja, auch sehr gut, hier ist ein, hier ist Heilung. Boah, danke. Eine Pfandpistole. Ja. Trudier. Ne. Doppelbezies. Ruinschlüssel. Ruinschlüssel. Geil. Ah. Okay. Das ist dieser blaue. Ja, aber hier haben wir natürlich keine Türen dafür, acht Minuten zu langsam. Ja. Das sind dann diese Zeit Türen, da wird man nur noch schnell sein müssen. Nur ist gut. Ja, jetzt kommt. Nur ist gut. Auf geht's. Ja. 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 geht hier noch mitnehmen definitiv da geht es direkt ab ich mich posten sind so hier muss man dann wirklich die gegner bilden noch weiterkommt also ich glaube sonst kann man theoretisch durchlaufen das ist einfach so ein event dann hier mit töten zu viel gegner richtig action level abrichte mir gerade nicht so die zeit für doch mir ja 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 allein von schaden erhöhte sechs sekunden täglich schaden 30 prozent von 16 prozent schlecht wetter granate alle fünf sekunden ist eine nächste nachladung sofort und wirft eine exklusive granate die 98 jahre danke nämlich okay ist gut die stilte aber hier gibt es hier gibt es gegen neues oh dann sieht das nach burs aus steckt höher ziemlich schwer überwacht wir haben wohl eine Art Knotenbauer ich pass lieber auf hier an Digimole Digimole I am a dwarf and I am Digimole oh 1750 wow ok ja ist klar ja ja aber treiben sie bitte nicht oh Herr Wühler alter geht das scheiße Dezent ja guck mal der war lustig ja lustig ja lustig bm 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 kaputt gemacht abziehen ja Das ist eine große Arbeit. Erst mal kaputt machen. Natürlich! Ganz schön frech. Ja. Let's go! Ja, mehr sprengt auf dem Zeichsfall. 1, 2, 3, ja. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist sehr praktisch. Neue Waffen. Mammut-Minigun. Gauss-Gewehr. Scheiße. Projektile prallen ab und durch bohren. Das ist auch nicht schlecht. Auf geht's. Ja, die Duzi. Nö, naaa! Ja, die Oli, ey. Ja. Das ist keinими. Ne, das mag ich nur. Ja, die geht schon bis mit mir ab. Kur. Ja. er noch mehr kriegt gern diesen schlüssel nicht dafür benutzen das gibt den nächsten mann wieder doch da ist okay ich bin da macht lieber da die gegner weg es gibt nein auch dann wird er werden die ap geteilt zu zweit geht also ein scheiß dinge zu kommt aus dem boden cool danke kommst du guckst du mir gespielt ins gesicht können das leben wir brauchen er kommt mir wohl das stimmt stufe ja nicht ein bisschen nicht die größe zählt die waffenmagazin und ich will ja keine größeren magazine haben weil ich habe wir haben eine granate da nehmen wir den badat hier eins um richtung wieder an das ding zu gehen ja 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 noten wie sie dort stimmt das ist ja auch okay ich muss kein einfaches spiel haben faires spiel das ist ja dann wo bleibt das wäre ein bisschen langweilig wenn das beim ersten mal durch ist ouch zur klo stadt ja 29 hp rechts ist noch wenn die schnau park und ich sehe noch fliegen passt nicht auf ich idiot auch hier noch merke ich noch ja ich komme sofort haben wir mal ein bisschen lang am spiel okay das ist ganz cool das jetzt hier mit dem gewehr hier kannst du so eine kugel schießen wenn auf die kugel schießt explodiert ja genau oh nein dort geht schief ja super ich habe nicht wenn du wenn du dich beim laufen dux dann geht er nach vorne und danach springt er dann ich bin den ding ins reingesprung ich bin tot sechs waffe die abzugeben ich habe den tag haben es gehen und ist auf jeden fall nicht schlecht er wechselt dann immer so zwischen geist und das gift oder so super slow hier gerade spielen ein treffer und die ist vorbei ja die tun auf deinem boden ist noch so nimmstix ich noch hier kommt kommt hier nicht gut ich hoffe jetzt nur rein wenn man irgend schlüssel hat oder dahinter ist noch leben ja ich wollte mich hier bei dem auch mal eine bestimmte waffe da wird alles nicht haben ich wollte mich heilen ja wollte ich auch verstehen kriegen wir hier durch den schlüssel ich habe auch eingefallen jetzt mal zehn schlüssel gekriegt für die zweite runde ganz okay ich sage die zweite runde ganz okay auf jeden fall vielen dank für zuschauen und bis zum nächsten mal tschukas tschukas i